Herzlich Willkommen bei Cap'n Cell in der nächsten Runde CSGO auf den Lipp Mi...Nuke, nicht Mirage Mi-Nuke Mi-Nuke Dann machen wir einfach mal, wo was machen wir? Außen? Ah, go? Bin gegen Hand? Äh, lass uns über Außen, äh, Secret Okay, ich hab nur Smoke dabei Ich auch Boah, ich bin so Multitasker, Mann, das ist so krass Ich bleib grad einfach mit drei Mädchen Und zock Achtung, jetzt ne Flash Warte mal, wo ist denn meine Pistole, Mann? Was ist denn für einer, Alter? Aber ein Multitasking-Fähig, ja? Alter, ich krieg hier schwerpassiert, aber nicht Und runter Unten der Richtung In den Schacht rein Einer steht, Bombes Geh, lass uns runtergehen Runter, runter, runter Ja, unten steht zwei Hey! Achso Ja, scheiße Also oben rein, ich hab Flash Secret Ich hab ne Leiter gehört Wir sind oben auf CAT drauf Dann bleibt da einer, ne? Ja, ich bleib hier oben Ich hab 8 HP jetzt Ja, außen noch einer Ja 25 in 2 Kommt ein In die Bombe dran Und hat direkt angefangen zu defuse Echt? Sowas geht Ja Nennt sich Noclip Sheet SV1 Yeah Bald etwas Namen hat Klingt glaubwürdig Du musst nämlich mal hochlaufen Ach, egal Da kommen die Bombe mit, ne? Egal Kommt vor Sorry, wenn ich die angeschossen hab, aber Ja Er war's schon Ich glaub von hinten wird gepusht Wo denn? Achso! Oben Heaven steht der Ja Secret Secret Ich leg zum Main Ahem Mhm Ich hab neuer Ich hab neuer Er bin immer noch Natürlich Minus 86 Heaven Schön Schön Ja Lauf da hin Links, 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 links Da, geradeaus und jetzt Go Schade Oh mein God Ach, ja Ja, ich war grad so ein bisschen abgelenkt Ich hab ein Tittenbild gekriegt Oh, Mann Ist ja gut Kannst dir die Adresse noch fragen Vielleicht interessiert's ja noch andere 5000 Leute, die das Video hier gucken werden Vielleicht schaut's doch das Video selber Musst du hochladen, er hat nen Tittenbild bekommen Kann, kannst ja die Adresse, oder nicht die Adresse, sondern, äh, die Numa Wust diktieren Oh fuck Ah ne, nein Schöne Wir geh'n jetzt runter, ich geh' jetzt runter Von hinten, von hinten Ich bin nach, durch Achso Er hat noch 10 Oh nein! Beide außen Beide T Red in der Richtung und Mech Einer hat noch Alpha Bild Denk einfach ans Bild Nein! Warte! 0-3, läuft bei mir Aber ohne wird es ja gerade einfach wieder aufs Handy geguckt Rebounded Roma hat 2,50 Ja Eine liegt da noch Ab schon, danke Push mal Silo Und der Rest geht rein Ich push mal Silo Vielleicht pushen die Ja einer kommt, kommt es raus hinter uns Da ist der Mann Es war noch einer vor E-Door, deswegen Och komm Achso, ihr seid schon wieder alle tot Ja Ja Die pushen halt, ne? Wie gewünscht War ja meine Aussage gerade eben Dann chillt halt, weil bestimmt pushen die Wir haben es ja versucht Wir wollten Wir wollten schön Ich hab schon, danke Ja, da nehmt die, da liegt noch eine P Hier auch noch eine Meine ist schön Ja, dann sag doch einfach nächste Mal Nee, danke Hör mal ich da selber Ah ja, dann hol ich mich Alles gut, jetzt Concentration wieder Ich glaub die kommen vor Debs Jaaaa, bin ich einmal oben jetzt, kommt da ab Ach, wo kommt eine Pommes raus Zwei Lobby Drei Lobby Ich bin im Moment Wo? Ach von oben oben Prob mal. T-Dach ist schon einer Jetzt schon wieder Dach 9,80 in allem! Cool! Ja beim Springen hast du ihm gleich das Geld gegeben, ja? Ich finde die inzwischen zu OP, Mann, echt. Ja, vorhin hast du ja gerade gesehen wie OP die ist. Ja, ich habe AWP für außen. Ja, ich auch. Cool, dann geht einer Rampe, einer außen. Du gehst bitte Rampe. Du gehst Rampe, du stehst besser. Wer geht Rampe? Ich? Ja. Lass mal Silo pushen. Käpt'n geht Silo und Robert pusht. Verdeckt alles, ne? Forti macht du Pommes, ich mach Tür. Geh, raus. Geh, verzähl dich. Ja! Geh, nein! Kommst du nach Rampe! Was ist das? In der Hand? Ja. Doll. Doll. Ich springe gerade auf dem Main-Dach. Da piekt er vor und es gibt mir so viel Schaden in der Luft, dass ich beim Landung tot bin. Ja, wie wäre es, wenn wir da mal ein bisschen decken und warten müssen, bevor ich starte? Richtig. Lass das einfach mal machen. Lass uns mal auf C-Dach gehen und dann warten. Geht ihr wieder? Da einfach jeder deckt den Eingang. Oder so. So, zwei Rampe, einer Pommes, einer Tür, ich geh mal außen. Den deck ich mit Rampe. Flas Main. Tür. Rampe kommt vor. Wo ist mein zweiter Mate? Bommes kommt was? Ja. Oh, jetzt bin ich tot. Rampe, kommt noch einer, AWP. AWP aimt ab. Granaten sind super super. Außen 76 und da ist 90. Granaten sind super gesessen. Einer kommt von hinten und einer ist noch vor Main. Lowbird. Unbeleakt für Main 40. Nein! Nein, die Fresse. C-Cat. C-Cat down. Main kommt was an. 51. Carabil, nehme man, nehmen wir auf den Video. sequencinghard 76 und alte Läusper Rack ab angesetzt. Etimul infiltrom aktiv . Ich... ich seh da nix. Ist ne smoke. Jetzt ist 26. Warte, 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 Zeit. Bööö, ich hol dir mal ne vernünftige Waffe noch. oder? J-J-J Devol apr � Ach schade. Ich dachte, das wäre reichisher gäой. Ja.. Ist egal, passt. ich kann auch selber kaufen einfach alles der a-rush geht ganz gut los der a-rush geht sehr gut der a-rush geht ganz gut hier Cat ich hab Heaven, guck Heaven und links? ja du Arsch nein ist drauf Scheiße man, unnötig ja dann können wir die Fuse machen easy, aber wisst ihr was, ich kauf mir jetzt mal ne AWP komm, Papa willst wissen, was? ne, nix denn warum haben wir denn jetzt nen Bot? weil der andere rausgeflogen ist kommt er noch wieder? schwer zu sagen das kann nur er beantworten gib mir mal einer außen weg ab einer, nicht alle, nur einer ja, ja schön Rampe pusht, Rampe pusht ich flasht dich, dann gehst du mal vor hast du geflasht? die haben EQ Heaven steht, Heaven Terrorist schön, Dankeschön warum zieht der immer so lang für die Bombe im Echt, ey ich konnte nicht mehr planen hallo ah, Micha auch wieder da da ist willkommen hallo, hallo du bist sehr leise übrigens Micha hier, willst du auch, Digga? ja, nehm ich nehm ich, nehm ich sag ich doch ähm, außen geht immer mega viel Micha geh mal mit außen, dann machen wir dringend da kommt noch eine Flash von mir kommt noch eine Flash von mir kommt noch eine Flash von mir da ist einer da ist einer Grenade out I'm throwing a Grenade smoke I'm throwing I'm throwing Edo ist weggesprengt auf 2 ich muss zurückziehen ach weiß ich, ich treff gar nichts schön, wir haben sich gegenseit gekillt ach, f**k, Mech steht AWP einer unbekannt A ist frei rechte Seite zu Mech steht der ach so, ne ich war nicht drauf, nein Click für Main oh shit da ist der mal die I'm throwing smoke achtung vor der von der kanal wp reinkommen ja hatten sie auf einer außen ja er kommt gegen 1 das ist ja noch keiner in den schacht reinguckt sorry ja rennt weg haut ab bleibt mal lieber da stehen 40 nicht dass er dann da irgendwo noch stopp an dem wasser bitte 40 40 wer braucht denn hier ja ich nehm kann ja naka geben ich kann auch noch eine liegen jetzt nix merkt ich weiß nicht so alles gut so war ja nur ein wort nötig und er hat eben so viel geld dass er ja du hattest gut geld zum legen ich war ja auch bereit zu leben wo haben wir jetzt schon reingestuft wow wo ist er gepusht hinten cc steht einer main ist eine reinge gepusht mac ist da und die awp ich weiß jetzt nicht wo ich her gekillt wurde einer kommt von hinten oder was er ist durchgepusht durch die smoke hat mich außen t red alleine ich weiß nicht dass es war möchte die das die haben die 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 der war da links oder oder was sagen wir jetzt jetzt weiß ich nicht ob ich dachte er wäre was wer wäre da 35 fliegt eigentlich die bombe ich weiß auch wieder nicht wo die bombe lag da im lobby ich bräuchte ein drop definitiv am besten von 40 ich kann das mal kann er nicht doch ich kann ja die haben halt geborgen ab und zu ist das nicht so das ist eigentlich ich am ab und dann ich mache jede runde das gleich ja rampe geil aus der gibt mir einen headshot man zwei rampe gegen zwei außen ist down der schreien da oben der schnummer rampe oder was auf auf Smoke! Flashback! Komm hier raus! Oben, über dir! Die Kette, die ich hier nicht gesehen habe. Warte. Ernst? Alter... Hast du Glück gehabt, dass er eine AWP hatte und nicht geschossen hat, ey? Ja, das sag ich sie. Hmhm. Du bist erstmal aus der Leine beim Jeep. Der Ampel kommt gepusht. Ich komme jetzt mit dem Auto. Edo auch. Edo down. Noch einer in der Main. Alter, vier außen. Einer Main. Guck noch. Ey, du... Main. Main immer noch. Minus 34. Hast du eine HE? Aber Rampe noch. Main, 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 Main. Ja, genau da. Er legt die Bombe. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Ich brauche einen Drop. Ich brauche einen Drop. Forty auch. Kein Ding. Kleiner einmal. Ich gebe einmal. Okay. Ich kann noch einmal, ne? Jetzt kann Ding. Okay. Forty liefert. Geht schon. Es geht auch nix. So, jetzt müssen wir ein bisschen Konzentration nehmen. Wir müssen dann rein drücken. Ja, die spielen aber echt nicht so besonders gut so. Und die pushen... Richtig, public hier. Außen wieder. Die pushen, ja, ja. Von hinten schon. Okay, down. Prinzess Anna spielt nur Deagle ausschließlich. Für was baut der auch B, oder was? Ja. Da gehe ich jetzt runter. Hier unten ist noch einer. Hier unten ist noch einer! Ey, leg. Der Romme liegt unten bei dem. Der da unten ist. Danke. Boah, hau. Damn. Habt ihr schon verstanden, dass hier unten noch einer ist? Bloß ich wollte da genau auf der anderen Seite runterhüpfen. Ich wusste ja nicht, wo er ist. Prinzess Anna rush jedes Mal aus. Und dann kommt mit der Deagle. Aber drückt auch extrem gut damit. Bei allen nichts. Alles Lappen. Ja. Ja. Geil. Achtung. Rampen. Buscht. Ist noch hier vorne. Ne. Grenade. Ich hab jetzt Main gesmogt. Ich dachte. Die gehen glaube ich runter. Lass uns mal an der Heaven gehen. Ne. Deck mich mal Secret. Ok. Ok. Das Heaven jetzt. Ja. Gehst du Main rein jetzt? Ja, ja. 3, 2, 1, los geht's. 3, 2, 1, los geht's. Ja, ich hatte diese Deagle-Dinger. Und dann kommt er dann irgendwo in einem Echo oder hoch. Keine Ahnung. Ja, wir haben super gespielt dieses Pass. Ja. Also das Nuke ist ja ziemlich CT-lastig eigentlich. Ja. Ja, aber Perfektionismus selber. Man gibt sich nur mit 20 Knoten zufrieden. Und ich bin eher unzufrieden, dass ich negative irgendwas hab. Also ich bin C-Cat. Ja, ich mach door. Der sagt mal alle an, ich mach das, was überbleibt. Ja, ich auch. Ich mach door. Ich mach door. Forti, was machst du? Rampe. Ok. Gut. Ja, machst du wahrscheinlich Rampe mit, oder? Ja. Aber wir wollen jetzt nicht pushen, oder? Nein. Nee, wollen wir nicht. Da kommt einer. Chill. Einer ist Silo. Nee, Silo außen. Bombe. Rampe ist noch was. Silo außen. Rampe einer durch. Ich geh jetzt außen, Cat. Angeblich. Hab ich ihn nicht getroffen. Bombe ist außen down. Ach nein, Silo. Helfer einer. Alter, natürlich. Heaven oben immer noch. Bombe war außen. Er hat Bombe. Er ist direkt an der Bombe dran. Oh, hier kann man nur so schlecht sein. Nein, just kidding. Weiß ich echt nicht, ey. Nee, ich bin gerade voll ins Fressbrett gerannt. Ich weiß nicht warum. Bisschen doof. Dann mach mal eine Eco. Easy. Eco spielen wir sowieso meistens besser als Full Equipped. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist leider so. Ja, mein Problem ist, ich hab aus Versehen jetzt die P2000 Equipped. Ich spiel die eigentlich gar nicht. Ich treff damit nix. Ich spiel die fast nur noch. Hab ich gesehen. Kauf dir halt ne P25. Rampe. Was ist das denn auch? Da geht nix rein. Krass. Außen. Ampe was durch? Ampe zwei. Durch. Außen durch. Achso, er warte die ganze Zeit. Ja, ich komm hier nicht weg. Wir gehen runter. Ey, Tür. Bombe down bei mir. Ja. Ja. Ich komm hier nicht weg. Ah, Minus 32. Geht jetzt Rampe. Alter. Ich muss jetzt mal ne Runde anstrengen. Ja, das ist ja beinlich. Oh. Sechsundfünfzehn drei hab ich dem einen übrigens gegeben durch die Smog. Noch ne Eco? Uh, natürlich ne Eco. Ja. Dann mach ich ne CZ-Runde. Und ich ne 250. Ich ne P2000. Das ist immer so massiv. Das ist immer so massiv. Let's go, fellas. Uaaaah. Ja, die hört sich total an. Und macht's. Die ist total stark. Du musst halt eben nur spielen können. Du musst ganz langsam schießen. Und dann drück die. Au, der Rampage. Der war echt schnell. Redo 1. Ach shit. Einer Rampe durch. Außen noch. 30. Ja, ja. Pommes raus. Auf spot. Bommes auf spot. Hier hinten. Planted jetzt. Ist noch einer. Noch einer Pommes. Egal. Jetzt haben wir Waffen jetzt in Sachen Arsch. Ja. Sechs. Sechs Windrunden. Oder sieben. Easy. Ich mach first smoke, ja? Aber Rampe meinst du? Ja. Ja. Ich mach Brand Pommes. Nur damit du schreit weißt. Ja, ja. Kannst du machen. Was für den Rang spielst du denn auf der Main Forty? Das ist mein Main. Auch. Nein, der spielt aber Master Guardian 2. Ist nur ein bisschen D-Ring. Da. Pommes. Pommes. Pommes drin. Pommes ist immer noch drin. Der ist nicht weg. Schön. Pommes. 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 eine rampe ich komme blicken deine waffe aus mich rennt da links ich hab ein awp für jemanden von euch auf da liege ich da liege ich da liege ich doch irgendwo da muss die kleine waffe ja dann hat jemand mitgenommen awp liegt vorne von euch ja die sind dann durch die smog anscheinend raus ich hab es nicht gesehen die lag so beschissen geht mir leid pack uns mal deren und unsere stats an das passt echt ganz gut finde ich nicht ja dann sag mal bitte dass du immer hier vorne stehen bleiben möchtest auch und sicher wahrscheinlich ja sie noch weiß ich gehe aber noch 5 hp schön ich hab genau auf den spot geschehen wo der feuerstoß raus kam von ihm ich hab seine waffe gesehen einmal ich muss seven gehen lol oh eine rampe shit 20 hp 16 er geht runter secret dann das ist ja auch das ist ja auch die 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 Heavenliner hoch Zwei hoch Alter, legt mir am Arsch Wow, ist er Park 7 Ja, safe Bomb has been cleared Glaub ich mal am besten CT, oder? Die können aber Hellen rauskommen, oder? Also Schön Hinter dir Wow Die FU Du ausrastet Puhuhuhuhu Und alles auf Demo Vansity Alles auf Demo mein Freund Vario, warum nicht immer so? Ja, das schießt Ich weiß nicht, da kann die AB haben Meine Fresse, das war doch mal was Ich brauch definitiv nen Drop Ja, ich ganz ehrlich, lass uns bis auf die AWP aus den ECO einmal spielen Ja Ja Nehmt mir 2,50 Schnell Die AWP kann jemand anders nehmen Na, dann nehm ich sie jetzt, scheiß drauf Aber echt schön gespielt, ehrlich Dann gib mir die Ach, selbst ich, ey Okay, dann lieg zu außen Ah, wie du willst Jetzt ist weiss, egal Da, kommt einer Rampo 3 Gernide Gernide Die haben Rampo in den Scheiß gekauft Ich hab keine Munition Rampe Ab Ah, BP steht ran von rechts Wow Bombay down, Lobby Der letzte ist, äh, vielleicht Net hoch Oh der ist schon oben, ist jetzt oben, Pommes, auf Pommesdach, du musst die Pommes Lobby, also sorry. Geh einfach über Pommes und warte da. Das war vielleicht okay. Oh wow, sorry. Ohne Witz, ich finde den Typen ja ein bisschen merkwürdig. Aber spielt der voll scheiße, spielt der voll gut. Ja, wir müssen kaufen, ganz ehrlich, ich weiß nicht was ihr da draußen so macht. Also so geldtechnisch. Move it, move it. Ahem. Laying down smoke. Decoy. Flashbang. Torrampesteps. C-Dach ist auch Steps. Außen zwei. Einer, ähm, Silo. Einer, ähm, Silo. Einer, äh, doch nicht. Habe ich noch erwischt. Doch, Silo ist einer. T-Dach. T-Dach turnt da rum oder Lobby in diesem kurischen Ding schalten. Einer war da draußen noch. Könnte Rampe jetzt kommen, ich glaube da kommt eine Rampe. Oh, Rampe war auf jeden Fall ein Step. T-Dach. Natürlich, er kommt rum und gibt mir direkt, ach komm. Ach, bei mir auch. 52,3. Eine Rampe mit Bombe. Und AWP. Schön. Bombe down vor Rampe. Robert. Okay, hinten an die Kiste, Forty. Deploying Flashbang. Komm unten, ne. Oh shit. Das habe ich irgendwie nicht gerafft wohl. Traff dann nicht mehr, oder? Scheiße, vielleicht doch. Genau. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Nett. Wow. Schön. Jetzt spring vernünftig runter. Nice. Wow. Fein, wie wirklich nett, ey. Wie kannst du behalten, ey. Braucht jemand was? Ja, eben ich. Danke, dann nehme ich. Was du direkt hast. Sehr schön. Och. Ach. Ja. Ich kann das. Noch eine Scout könnte ich legen, wenn es wäre. Ey. Let's go. Ja, ich kann auch mal ausmachen. Mach mal eine Rampe, Micha. Ja, lass die außen sonst durch. Wir verlieren immer über außen die Kontrolle. Sonst lass die durch Secret ins Spiel für Free Take. Rampes. War toll. Oh man. voll schlecht eigentlich, aber egal ey, da sind 94 außen Außen kommt einer, 94 gefressen Außen steht AWP von denen Außen noch einer Habe ich Das ist wieder dieser eine komische, also passt auf Normal, Export ist immer komisch Hey Sorry Wie viel IP hast du noch? 3 Millionen Tatsächlich, ich hab da drin der Sack Wie wir ihn rausgeschossen haben, ne? Ich wusste nicht, dass er da drin ist Ich auch nicht, ich hab gedacht, dass ich bin Das war wie die Ratten rausgejagt, ohne Scheiß Ich hab einfach aus Spaß reingehalten, einfach mal zu gucken, was passiert Danke Ja Kein Ding Damit hab ich echt nicht gerechnet Die sieht echt ganz cool aus, ne? Also irgendwie voll der Schrott, aber irgendwie cool Die Gryphon, meinst du? Die Gryphon, ja So schlecht finde ich die, ne? Okay So Die erinnern mich auch so ein bisschen an die Hole Genau, deshalb haben sie sich wahrscheinlich reingebracht Ich glaub außen geht richtig viel Rampe ist einer? Ja, außen noch keiner mindestens Pass ein bisschen durch Ich unterstütze jetzt mal auf Rampe Ja, mach das Ah! Puh Schön Sorry Voll erschreckt Bin in der Lobby drin Und er ist auch in der Lobby Kann die Diegel nie ausstehen Auch nicht, wenn man die gegen mich spielt Braucht wer was? Ne Alles easy, mein Junge Alles easy, mein Junge Du bist irgendwie so ruhig ohne Fabi, ne? Ja, ist brutal Schöne Größe an Fabi, das ist immer ganz schön Hahaha 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 Haha Hahahaha Hahahaha Gdy Gdy Eine Rampe noch Ich flashe dann noch mal. Außen ist der. Die. Secret Hunter. Ich bin Schacht unten. Dann gehe ich Secret. Jetzt waren wir mal wieder am Brett hier. Schönes Ding. Guck mal hier, stell dich mal vor mich, das war ungefähr so. Stell dich mal vor mich, das war ungefähr so. Klink. Nach Russen. Aha. Ich mag bitte gerne eine Wurst haben. Was? Keine Ahnung. Jetzt mal ein bisschen nicht smoken. Rampe. Äh. Da ist ja das Außen viele Steps drin. Geil. 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 Lobby viele Steps. Bleib auf A. Ja. Oh fuck. Hinter dem Schacht schon einer. Schacht drin jetzt einer. Wie schnell war der denn? Wieder raus. Einer ist auf B. Geil. Blendet auf B. Geplantet unten. Geil. Blendet selber. Ultimativ. Ach. Ernst? Ja. Geil. Ich bin total planlos durch die Gegend gelaufen. Ganz ehrlich. Ich hab gar keinen Plan gehabt. Einfach nur drauf und gestorben. Ich hab auch gefehlt. War nix so gut gelaufen. Ganz Sorge. Soll ich mir auch eine AWP gönnen? Ja komm. Hauptsache du tötest damit was. Hallo. Aber übrigens Forti hat dir zu gesagt. Ich kann's ja auch offiziell sagen. Der zock jetzt öfters mit uns. Ja wenn ihr Bock habt ne. Kann ja sein dass ich euch irgendwie nicht passe. Wir haben immer Bock. Du bist ruhig. Das ist okay. Du hast keinen Stress. Schön. 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 Ich helfe jetzt mal aus. Einer signal drunter. Wenn du noch einen Türbeschluss dran machst. Schön. Aber trotzdem. Einer signal drunter. Einer ist noch Lobby. Ja ja der hat Schacht rein mit Bombe. Glaubt das wieder raus? Kommt Rampe. Ich hab A. Ich dachte ist der letzte drin. Oder schon in Richtung Fenster irgendwo da. Aber normal auf jeden Fall unten. Schöööööön. Schööööön. Das war zu lange dann. Musst du La-Ola-Welle mäßig dann, wenn dann komm aber nicht schon Doppelchalten. Alle Gleitzeiten. Oh Yeah! Oh yeah! Oh ja! Oh, euer Geist. Nööööööööööööööööööööööön. Ja, das war zu lange dann. Musst du La-Ola-Welle mäßig dann, wenn dann komm aber nicht schon Doppelchalten. Aja. Du wirst doch alle Gleitzeit hin. Ich will aber die. Okay. Ja, Jungs, ganz ehrlich. X-Ray, nice. Ja, die haben gar keinen Bock mehr. Ja, der mit sich noch zu voll mit... Ja, weil die ganze immer nur... ...Dings zockt. Vielleicht spielt man das in der KC, weil letzte Runde... ...ich will noch ein paar Kräuse, ich muss noch... Hallo Jungs, alles sauber hier, Rampe sauber. Wollen wir da? GG! Ja, das war's, wieder mit Käpt'n, Zähl und der Tollkühn... ...und vor die Zocks. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut. Peace. Warte, ich hab noch die Ränge gucken. Ja, genau, das war's. Bis dann!